Gleis 3, Einfahrt RE80 nach Augsburg Hauptbahnhof. Abfahrt 12.16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RB67 nach Weilheim über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 12.21 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RE9 nach München Hauptbahnhof über München-Pasing. Abfahrt 12.41 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt RB86 nach Donauwörth über Augsburg. Mit RB86 nach Dinkelscherben über Augsburg. Abfahrt 12.43 Uhr. Zug wird in Augsburg Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE9 nach Ulm Hauptbahnhof über Augsburg. Abfahrt 13.14 Uhr. Von Gleis 3. Hinweis. Das Rauchen ist in diesem Bahnhofsbereich nicht gestattet. Gleis 2, Einfahrt RB13 nach Friedberg bei Augsburg über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 13.02 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Gleis 1, Einfahrt RB13 nach Augsburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.05 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE9 nach Ulm Hauptbahnhof über Augsburg. Abfahrt 13.14 Uhr. Von Gleis 3. RB67 nach Augsburg-Oberhausen über Augsburg. Abfahrt 13.38 Uhr. Von Gleis 3. RB86 nach Dinkelscherben über Augsburg. Abfahrt 13.43 Uhr. Von Gleis 3. Und RB87 nach Donauwörth über Augsburg. Abfahrt 13.43 Uhr. Von Gleis 3. Gleis 4, Einfahrt RB87 nach München Hauptbahnhof. Über München-Pasing. Abfahrt 13.11 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. RB13 nach Friedberg bei Augsburg über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 13.31 Uhr. Von Gleis 2. Von Gleis 2. RE80 nach München Hauptbahnhof. Über München-Pasing. Abfahrt 13.40 Uhr. Von Gleis 4. Und RB13 nach Ingolstadt Hauptbahnhof. Über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 13.48 Uhr. Von Gleis 2. Achtung Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Gleis 3, Einfahrt RB67 nach Augsburg-Oberhausen über Augsburg. Abfahrt 13.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RE80 nach München Hauptbahnhof. Über München-Pasing. Abfahrt 13.40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt RB13 nach Eichach über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 14.16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt RB13 nach Augsburg-Hauptbahnhof. Abfahrt 14.26 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RB67 nach Augsburg-Oberhausen über Augsburg. Abfahrt 14.35 Uhr. Von Gleis 3, RB86 nach Dinkelscherben über Augsburg-Hauptbahnhof. Abfahrt 14.43 Uhr. Von Gleis 3 und RB87 nach Donauwörth über Augsburg-Hauptbahnhof. Abfahrt 14.43 Uhr. Von Gleis 2, Einfahrt RB13 nach Friedberg. Bei Augsburg über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 14.33 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RB87 nach München-Hauptbahnhof über München-Pasing. Mit RB87 nach München-Hauptbahnhof über München-Pasing. Abfahrt 15.11 Uhr. Heute circa 15 Minuten später. Achtung Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Gleis 4, Einfahrt RB67 nach Mering über Augsburg-Hochzoll. Abfahrt 15.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Achtung am Gleis 1, Einzug fährt durch.ie Jetzt wiederhole. Achtung am Gleis 1, Einzug fährt durch. Achtung am Gleis 2, Einzug fährt durch. Ich wiederhole. Achtung am Gleis 2, Einzug fährt durch. Hinweis. Das Rauchen ist in diesem Bahnhofsbereich nicht gestattet. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.